Hi, ich bin Blockstar. Frohe Weihnachten! Schön, dass du reinschaust. Heute bauen wir den Light Stack Systems Adventskalender und bringen somit unseren eigenen Tannenbaum aus Glemmenbausteinen zu leuchten. Schön, dass du reingeschaut hast hier in der Noppenkürzelscheine. Schaut euch das an. Unser eigener Klemmenbaustein Tannenbaum. Unbeleuchtet. Ja, hier zum Steckset kann man nicht viel sagen, außer dass es klasse ist. Es kostet nicht viel, es hat alles was man braucht. Ich zeige euch mal kurz die Rückseite, fangen wir damit an. Es hat seinen Akkublock, es hat verschiedene Steine, es hat ein Ladekabel, ein ganz normales USB-Ladekabel dabei und somit haben wir eine kleine Grundausstattung, um Sachen beleuchten zu können. Hier natürlich den Tannenbaum und das ist auch der Grund, warum ich mir diesen Adventskalender aufgehoben habe. Ihr habt es vielleicht beim einen oder anderen schon gesehen. Ich wollte das mir aufheben, da ich euch auch wieder etwas erzählen möchte, nämlich zu dem Thema Tannenbaum. Warum stellen wir uns überhaupt am 24.12. am Tag von Christi Geburt einen Tannenbaum in die gute Stube? Nun ja, das hat viele Faktoren. Schon bei den alten Germanen waren grüne Zweige, grüne Bäume oder generell waren Bäume heilig. Ihr kennt das bestimmt die Irminsul, die Geschichte mit der großen heiligen Eiche. Generell waren Eichen bei den Germanen heilig, also auch wichtige Bäume. Viele Kirchen und Klöster entstanden früher an Orten, wo heilige germanische Eichen oder Bäume oder halt Kultstätten mit Bäumen standen. Die wurden meistens von den Römern bzw. von der christlichen Bevölkerung gefällt und dann daraufhin an diesen Orten Kirchen gebaut oder halt Klöster. Das ist der eine Punkt. Also wir Germanen haben schon immer einen Bezug gehabt zu grünen Bäumen. Die Römer aber auch. Das bestimmte oder berühmteste kennt ihr ja den Lorbeerkranz. Der Lorbeerkranz auch, ein grüner Zweig, ein grüner Buschbaum, den den Römern bei einem Triumphzug durch die Stadt Rom, den Feldherren, den Kaisern, den Rittern verliehen wurde. Ja, Ritter, bei den Römern gab's auch schon Ritter. Das sind so zwei Faktoren schon mal, warum der Bezug zu den Grünen da ist. Dann haben wir natürlich in der Bibel viele Geschichten mit grünen Bäumen, Palmsonntag und so weiter. Das spielt da alles mit herein. Aber so den richtigen Kick oder den richtigen Turn hat es gegeben eigentlich, wenn man überlegt, dass der 24.12. früher gar nicht Christi Geburtstag war und nicht der höchste christliche Feiertag, sondern am 24.12. wurde gefeiert oder wurde gedacht der Vertreibung aus dem Paradies. Und die Vertreibung aus dem Paradies hat ja auch etwas zu tun mit einem Baum. Nämlich mit dem Granatapfelbaum, beziehungsweise dann kulturell eingedeutscht, wollte ich gerade sagen, aber umgebodelt in den Apfelbaum. Und somit haben wir immer schon in Bezug gehabt, irgendwie, Baum 24.12. Das ist auch der Grund, warum man sich heute noch oft so Bauerntannenbäume, warum da oft Äpfel oder sowas mit dranhängt. Das ist so grob mal vereinfacht. Später, als sich die katholische und evangelische Kirche getrennt haben, hat am 24.12. die evangelische Kirche auch versucht, sich irgendwie von der katholischen Kirche abzugrenzen. Denn bei der katholischen Kirche war der Fokus immer auf die Krippe. Auf die Krippe, in der das Christuskind liegt und in die heiligen drei Könige kommen. Die evangelische Kirche hat sich dann auf den Tannenbaum fokussiert. Und somit ist dann quasi erst nach der Reformation so richtig die Tannenbäume salonfähig geworden, beziehungsweise sind auch dieser Tannenbäume in den Stuben der Herrschaften, der Elite Europas oder gerade Deutschlands, vielmehr Deutschlands, eingezogen. Das auch die ersten Erwähnungen, das waren Schiller und Goethe, da gibt es Themen, wo zum ersten Mal auch in Gedichtversen oder in Essays Tannenbäume erwähnt wurden. Ihren richtigen Siegeszug kamen dann die Tannenbäume, erst angefangen durch die Adelshäuser und den Adelshäusern in Mitteleuropa im deutschsprachigen Raum. Denn diese waren ja alle irgendwie verwandt, verschwägert mit englischen, russischen und so weiter Königshäusern. Und somit hat der Tannenbaum dann nämlich auch den Sprung geschafft über das englische Königshaus nach Amerika. Und in Amerika ist die Situation hier heute auch noch, eigentlich ist die Situation vom Tannenbaum jetzt mittlerweile auf der ganzen Welt, sogar in Japan, China, wo auch immer ist dieser Tannenbaum präsent, gehört zum 24.12. dazu. Das war jetzt grob mal der Überblick, warum wir uns einen Tannenbaum reinstellen. Das ist also ein Zusammenschluss vieler kultureller Faktoren, der germanischen Geschichte, der römischen Geschichte und halt auch dann der katholischen Geschichte, beziehungsweise dann der evangelischen, protestantischen, katholischen Geschichte. Heute ist in der katholischen Kirche auch natürlich der Tannenbaum am 24.12. mit im Fokus. So, jetzt genug geredet, einen kleinen Überblick gebracht. Jetzt packen wir mal den Adventskalender aus. Wie gesagt, wir haben heute ja schon eigentlich den 5. Advent. Und schauen uns die einzelnen Teile mal an und bauen ihn dann zusammen. So, wir reißen jetzt hier nicht alle Felder auf, sondern ganz untypisch für den Adventskalender schneiden wir hier das Klebesiegel auf und versuchen mal das ganze System rauszuholen. So, jetzt bräuchte man natürlich Fingernägel. Die habe ich nicht. Ich möchte diesen Karton auch eigentlich nicht beschädigen. Und ihr wisst ja wie das ist. Sammler, Bauer heben sowas immer auf A. Hier haben wir die Installationsanleitung. Englisch, Deutsch, Niederländisch. Wie gesagt, Stacks kommt aus einer niederländischen Organisation. Und hier sehen wir auch schon das System, einen USB-Anschluss an dieser Akkubox. Von der, die hat dann metallführende Pinne obendrauf, das seht ihr gleich. Und darauf können wir dann die einzelnen Steinchen aufbauen. So, Modedeemployee, grüße meine dänischen Freunde. Da, Deutsch, so. So die Seite. Ups, es ist geklebt, daher kann ich leider nur mit Gewalt aufkriegen. Tut mir leid. So. Ich spüre schon die ersten Steine. So, hier ist es ja eine Pappe. Da bekommen wir schon unser USB-Kabel. Gut, bekommt man heute mittlerweile überall dazu. Aber finde ich es schon mal super. Ne? Ist wirklich nicht so ganz. So, dann verzeiht mir. Frohe Weihnachten. So. Hier seht ihr einen dieser Light Stacks mit den Metallführungen zur Stromweitergabe. Ist übrigens ganz lustig, wenn ihr mal geschaut habt, dass man, Feld 1, die Akkubox bekommt. Das ist diese Akkubox. Da seht ihr es. Wenn man laden. Da. Aber das Kabel erst mit Feld Nummer 2. Also erst die Akkubox schon mal nach gewöhnt und dann mit Feld 2 das Kabel. das berühmte Spielchen. Was ihr auch seht, das funktioniert halt. Wo ist es? Die Kamera verrückt mich. So. So sieht es dann aus. Alles klar. Ich gebe jetzt mal alle Steine aus. Ups. Ja. Schade, dass der Karton kaputt gegangen ist. Aber was soll ich machen. So. Und hier ist der An- und Aus- Schalter. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das System schon geladen ist. Oh ja. Wir sehen es da. Es leuchtet. Wir setzen den ersten Stein auf. Und da. Er blinkt. Schnell. Aus. An. Blinken. Also es ist schön. Ja. Die Steine fühlen sich auch ganz normal an wie Legosteine. Ein bisschen leichter vielleicht. Weil sie halt einfach nicht die Breite oder die Stärke von normalen Legosteinen oder Klemmersteinen haben. Da sie ja Metall gefüllt. Also gefüllt sind mit dieser Metallführenden Schicht. Ich der halm school geht. Als ich nicht glaubt. Und das könnte schon mal einfach gemacht haben. Es steht da sie. Scheiße. Ich weiß. Sie Da ist er, unser Lightstax System Adventskalender, beziehungsweise unser Tannenbaum aus dem Adventskalender. Als Adventskalender finde ich es nur Semi. Den Preis mögt ihr vielleicht für zu teuer empfinden. Ich finde es super, denn ich kriege hier alles. Ich habe mein Lightstax Stardust Set mit USB-Kabel, mit leuchtenden Elementen, mit Stats und es gefällt mir richtig gut. Der perfekte Sidekick für neben meinen Weihnachtsbaum gleich, neben eurer Winterstadt, neben eurer Eisenbahn. Also perfekt. Es macht Spaß zu bauen, auch wenn es ein bisschen ruckelig ist. Dieses, muss man sich daran gewöhnen, dass halt hier diese Metallaufsätze sind, dieses Light System, also Lighten, nicht Light, wobei es ja ein Light System ist. Ihr wisst, was ich meine. Aber sonst, toll. Gut, ich bin immer irgendwie positiv zu meinen Sets, aber diesmal wirklich richtig. Kann ich nur empfehlen. Kommt aus den Niederlanden, von daher meine Bewertung lecker. Tja, ja, also ich mache mal kurz das Licht noch aus, dann könnt ihr ihn mal richtig schön leuchten sehen. Tada, hier gibt es die mehrere Modi. Blinken, flackern und ganz doll leuchten. Macht so Spaß. Also für die Fensterbank, für unter den Tannenbaum, herrlich. Ich mache wieder Licht an. So. Ich kann es euch nur empfehlen, es hat so Spaß gemacht. Und Stax, habt ihr ja vielleicht schon gesehen, ich habe es ja auch bei meinem Video von der Schwabenstein erwähnt, hat jetzt ja eine Kooperation mit Märklin, hier in der Nähehaus in Göppingen, denn es gibt dort Sets mit H0 kombiniert mit Klemmerstein. Also ihr könnt eure eigene Eisenbahn auf H0 bauen, mit Licht und Sound. Denn Stax hat ja auch Soundsysteme. Das stelle ich euch vielleicht nochmal vor. Ja, kommen wir jetzt aber zu dem röseligen Teil, denn ich möchte mich bei euch bedanken und vor allen Dingen möchte ich euch von ganzem Herzen frohe Weihnachten wünschen. Genießt die besinnliche Stunden mit euren Verwandtschaften, mit euren Familien, mit euren Freunden, mit euren Partnern. Ja, abseits des Berufslebens, des Stress drumherum. Feiert schön, genießt die besinnlichen Stunden, kommt mal ein bisschen runter und vielleicht kriegt ihr auch das ein oder andere Klemmbaustein-Set geschenkt und könnt zusammen mit euren Verwandten oder halt selber schön klemmen. Das wünsche ich euch viel Spaß dabei. Lasst es euch gut gehen. Merry Christmas, euer Blogstar hier aus der Noppenklötzenscheune. Macht's gut. Tschüss. 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 Schön, dass du da bist. Vielleicht magst du jetzt noch links oder rechts noch ein weiteres Video von mir gucken. Oder du klickst dir in die Mitte, falls du es noch nicht gemacht hast und abonnierst meinen Kanal. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank fürs Schauen. Schöne Feiertage. Auf Wiederbauen. Dein Blogstar.